Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Test zu dem Aufnahmegerät XSplit Gamecaster und ich spiele Dead Space. Ich will einfach mal im Gameplay gucken ob es mit der Aufnahme und der Sprachaufnahme alles klappt. Ja. Boah. Wo hat ihr los? Kinesermodul. Ja. Das ist doch sehr sehr praktisch. Oh, was haben wir gemacht? Das ist doch wie ein Job. Aus dem Weg. Das ist ein Metall voll Elke und der Kotzen. Ach komm. Ja, benutzen wir auch. Ach komm. Wie. Ich bin voll der Leut. Tschüss, weg damit. Ja, tue ich halt dich jetzt. Aha. Dann werden wir kurz zurück. Ja, schraub. Fahrmwerfer. Jibiii. Toll. Den werde ich nie benutzen. Klar. Ja. Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und an... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren hab. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Crews von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste Hilfe Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich damit in der Medikamentenausgabe. Und ein Schockpad aus der Zero-G Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zeitlos. Ja, also müssen wir ja meine Drecksarbeit machen und so wie immer. Oh oh. Was ist hier los? Ich krieg Angst. Was machst du das? Was machst du da? Was zur Helle, alter. Was? Oh du Scheiße. Hattelns locken. Hattelns locken. Ich ziehe doch ... Nein, es ist nämlich nicht, ich. Das werde ich vielleicht irgendwann noch einmal durchlesern. Super, ich stehe genug an, ich schnurde nur da. Ne komisch, ich will jetzt einfach nur so, einfach nur Test. Jaaa. Dankeschön. Jaaa, nicht nachladen jetzt. Ey, du hast nen Kopf mehr, Alter. Hallo, du hast keinen Kopf mehr. Jaaa. Oh, natürlich, falls er knapp gedrückt. Jaaa. Jaaa. Okay, wir müssen da langsachter. Ach du Scheiße, wo sind wir hier, Junge? Jaaa. 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 Hallo Mädels, äh, nicht schlagen, Kollege. Autsch. Immer erst die Beine, also. Eich nur auf die Beine und die Arme konzentrieren. Dann läuft das schon. Ja, ich wusste es, du, hatte es. Ja, kann auflatschen, wenn wir wollen. Ich würde sagen, wir haben vielleicht mal eine Aufnahmepause. Weil ich nehme schon extrem lange auf. Ich habe jetzt überhaupt nicht viel Zeit geachtet. Ja. Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen weiter und dann. Ich habe schon mal eine Munition, das ein bisschen mangelhaft, aber naja. Verschlossen, verschlossen, wo lang, wie lang. Verschlossen, Kollege. Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie nicht daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich. Und Sie, Sie wissen es. Gottes Wege ist in der Wettbewerb. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beruhigen? Hör im Rüchten. Käpt'n wohnen, sterben Menschen. Sie toten einander. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Ja, mich beunruhigte doch. Ein wenig. Hä? Muss ich denn nicht lang hier? Geradeaus und rechts. Okay. Oh oh. Ich sollte mal in den Dings einschmeißen. Ja, kompensiert noch, oder? Ah, reicht das mal. Hä? Ich war's. doch wieder runter Ah, jetzt mal speichern und ich sage, machen wir jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause weil, würde ich sagen, wäre es clever eigentlich Ja, würde ich sagen, dann war es zu diesem kleinen Test selber zu weiteren Videos irgendwann, mal schauen vielleicht hätte ich auch jetzt bald Let's Plays anfangen, also soll ich dich mal gucken Ich werde dir irgendwo noch Info-Video geben, welches ist das Play und wann und ja na, würde ich sagen, haut da rein